Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TTFLP hier, euch Ding am Start. Ähm, wir haben ein Gate gefunden. Und... Ja, den werden wir verhören, wenn wir ihn finden auf unserem überaus übersichtlichen Schiff. Da ist er bestimmt. Ah, er könnte hier sein, wenn wir da vorher nicht reingekommen. V-I-Kern, genau, hier wird er sein. Ah, Serverraum. Grüße. Achtung! Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl! Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Ich bin bereit, ich kann ganzes Easterin sein. Wenn deriaoze Jahre Schiff vorbei sind, dann kann ich den Ball원 von der Abende Hacking ret lên. Ich bin bereit! Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Bisher wollte mir jeder Geth, dem ich begegnet bin, den Kopf wegballern. Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Smart Boy. Wir alle sind Geth und wir sind Ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. König. Hat Heretics bekämpft, wurde von Kollektoren getötet, auf der alten Maschine wiederentdeckt. Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Sie sind also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Dann würde ich nur noch gerne wissen, wie ich Sie ansprechen soll. Geth. Ich meinte Sie, als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ja, das passt. Bibel der Christen. Markus Evangelium. Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normen deintegrieren. Wir erwarten den Datenausbau. What the fuck? Shepard Commander. Ich würde gern mehr über Sie wissen. Wir bilden gerade einen Konsens. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Ich muss zurück an die Arme. Zur Kenntnis genommen. Okay, anscheinend haben wir unseren letzten... The team is together, könnte man sagen. Wir haben unseren letzten Verbündeten im Team. Was ich sehr geil finde. Und... Ja. Äh... Wo ist... Ah. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Muss man ja mit dem Unbekannten jetzt reden? Oder... Ich hab keinen Bock, diese eigene Mission. Was haben wir denn hier noch für Missionen im Tagebuch? Samara will mit uns quatschen. Keinen Bock mit Liara zu reden. Ähm... Ja, das heißt, wir können... Samara möchte Sie kurz sprechen, Commander. Äh, da gehen wir mit Samara quatschen. Da waren wir gerade eben schon, aber... Fuck it. Fuck it. Ladezeiten sind halt Ladezeiten. Ich bin froh, dass ich mich ihrem Team angeschlossen habe. Es ist zu lange her, dass ich mit Gefährten unterwegs war. Wenn es soweit ist, werde ich alles tun, was notwendig ist. Sie sind ein wichtiges Mitglied der Crew, Samara. Es ist mir eine Ehre. Aber es gibt da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, Sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte Sie festnehmen, bevor Sie ein weiteres Mal verschwindet. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adad-Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Sie sind auch gefährlich. Genau wie Sie. Wir alle sind gefährlich. Morinth leidet an einem selbener Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Diese Sache verlangt ganz eindeutig ihre volle Aufmerksamkeit. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Wir müssen sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur, dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Ich hätte das längst wissen müssen. Ich bin für niemanden eine Gefahr, außer für meine eigenen Kinder. Und es ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Selbst heute nicht. 400 Jahre, nachdem ich es erfahre. Ach, was hast du dich gedacht? Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Meine Crew muss ihren Job beherrschen und ihr Privatleben... Irgendwie sind unsere Augen wieder so normal. Irgendwie, wir waren irgendwie viel zu gut. Falls genug Zeit ist, würde ich gern den Nachtclub Afterlife auf Omega besuchen. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Okay, lass gehen. Wir werden Morin finden. Wir waren irgendwie vorher böser, jetzt sind wir wieder so neutral. Okay, wir fliegen nach Omega, Bitches. Ja, wenn wir nach Omega geflogen sind, können wir auch den ganzen Rest machen. Da ist der ganze Rest abgeschlossen mit diesem, keine Ahnung, FFS, was auch immer, was sie da machen. Also scheiße. Wow, keine Nachrichten, hell yeah. Fuck yes. That's how we roll, Bitches. Oh, yeah. Hey, Omega. Dann gehen wir da allen mal helfen, in aller Ruhe. Ah, ich hab wirklich Bock auf Lasagne. Ah, ich hab keiner. Das ist traurig. Oh, er ist da. Epic. Auf jeden Fall will ich mit dem spielen, hier in Ja und die Nummer verwendet. Weiß mir gar nicht vom meisten sind. Guck wie gut wir sind, wir haben schon einen Strich gut, das ist richtig sch***. Oh, was kann der? Ja, KI hacken, Kampfrunde senden. Er hat nicht so coole Sachen, aber egal. Let's go. Das ist gut, zu verwaffen. Oh, Gewehr und Präzisionsgewehr. That's nice. Very good. Very good. Die tägliche Menge an Toten auf Omega ist zu hoch, um daraus den Aufenthaltsort einer Adadyakshi zu ermitteln. Okay, los geht's, gehen wir mit der Fahrze Aria reden. In Antracht des Rufes der Adadyakshi bei den Asari ist es jedoch möglich, dass Aria-T-Logue sie überwachen lässt. Danke. Easy peasy. Zu weiter. Ah, ich liebe es, wenn Leute besoffen sind. Oh, es geht jatsch. Was brauchen Sie? Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adadyakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adadyakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Aber wie die alle chillen, dass da so ein Gate steht. Ein Versuch. Ja, Yolo. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Danke für die Hilfe. Viel Glück bei der Suche und noch mehr Glück beim Einfangen. Einfangen. Wo ist das? Ach, da unten sind die Apartments. Fuck. Ich habe keine Ahnung. Wir laufen jetzt einfach mal raus. Zeit haben wir noch. Du kannst mich nicht täuschen. Davon will jeder was sagen. Jetzt hört die chillene Musik auf. Bis zum nächsten Mal. Hell yeah. Wie kommen hier sind die Appartners rein? Muss ich hier lang dauern? What's up? Hell yeah. Meine Neff ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meine Neff ermordet, meinen Schatz. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich ermittle aus eigenem Interesse in diesem Fall. Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neff tot ist. Wenn sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Hell yes. Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kurse, ihre Skulpturen. Alles ist genauso wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist fort. Und nichts wird je wieder in Ordnung kommen. Warum ist das geschehen? Sie hat nie jemandem etwas getan. Wir müssen uns im Zimmer ihrer Tochter umsehen. Wir bringen nichts durcheinander. Wenn möglich. Aber wenn die Ermittlungen etwas anderes erfordern, werde ich tun, was ich tun muss. Bitte versuchen Sie es. Für mich. Bitte. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Neff, ich schicke dir dieses. Ältesten Eintrag anzeigen. Da habe ich noch keinen Bock an zu gründen, dass ich mir so viel geficke. Mittleren Eintrag anzeigen. So hat mich noch nie jemand an. Wie konnte ich so viel Glück haben? Das ist das Werk von Morinth. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesen bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Sie tötet durch Sex. Und ich habe nicht vor, mit ihr zu schlafen. Sie sind vielleicht zu Recht so unbedacht, Shepard. Aber Vorsicht ist hier durchaus angebracht. Die Morinth kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Klingt nach einer Asari nach meinem Geschmack. Sie scherzen Shepard. Trotz ihrer Stärke werden sie in großer Gefahr schweben. Ach was? Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Wir verlieren Zeit. Nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden wenn wir dort sind. Okay, ich bin im VIP-Club, b****. Wo ist der VIP-Club? Das ist die Frage. Afterlife, VIP-Bereich. Nach rechts. Dann nach links. Dann nach links. Dann geradeaus. Nobody cares. What's that bitch? Listen. Was wollen Sie hier? Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Ja, Ruth. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Sollen wir unseren dicken Smoking vielleicht anziehen? Dann sehen wir super fly aus. Hallo, ich bin's. Sposter. Konzentrier dich. Sie müssen allein reingehen. Morince wird sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn Sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen Sie subtil dafür, dass Sie sie in Ihr Apartment einlädt. Ich folge Ihnen unauffällig. Und wenn Sie allein sind, schnapp die Falle zu. Hören Sie. Bis zu meiner Ankunft, schweben Sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für Sie vorbereiten. Und wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie das sogar wollen. Dann los, fangen wir an. Der. Los geht's, bitch. Move it. Get out of the way. Get out of the way with me. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Okay. Was geht, ich will sagen? Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Diese unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre Ihre Lieblingsband. Ich will, ich will einfach nur das, was Sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Sie scheint was Besonderes zu sein. Ist sie hier? Sie war vor ein paar Tagen hier und hat von der Band erzählt. Sie ist ziemlich oft hier. Wenn sie wiederkommt, habe ich die Tickets. Mir rutscht gleich die Hand aus und Sie stehen viel zu nah dran. Ganz ruhig, alles cool. Ich mache einen Rückzieher. Okay. Gut. Dann in der nächsten Folge suchen wir die Alde. Da können wir schon jemanden schlagen. Das ist super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.